Hallo liebe SVE-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TV 11 Nachschuss. Endlich bestritt unsere Elf heute das erste Heimspiel im Jahr 2018. Zu Gast war der TSV Schott Mainz, den man mit 4 zu 2 besiegte. Was Spieler und Trainer zum Spiel zu sagen haben, weiß Björn Linnenbach. Benno, herzlichen Glückwunsch zum 4 zu 2 Sieg, jetzt so drei, vier Minuten nach Abpfiff. Kannst du überhaupt schon wieder durchatmen nach dieser Partie? Ja natürlich, es war jetzt schon sehr schwer. Die, die da waren, haben es gesehen. Es war wirklich nicht einfach und wir sind im Moment einfach nur froh, dass wir gewonnen haben. Konnte man vorher davon ausgehen, dass der TSV Schott Mainz hier so auftritt? Also ich glaube, es waren einige überrascht, wie die die Partie gestaltet haben. Ja, also wenn man die Ergebnisse bei der letzten Wochen sieht, bei Schott Mainz, die sind im Aufwind und wir kennen sie aus dem Hinspiel auch. Das sind alles gute Kicker, die ihre Chancen nutzen, Regionalliga zu spielen, auch wenn sie tabellarisch weiter unten sind. Ich meine, wer steht noch unten? Kassel, Frankfurt, die sind alle oder jetzt glaube ich auch Ulm relativ weit unten. Das ist alles nicht so einfach. Hast Ulm gerade erwähnt. Was holst du jetzt aus dieser Partie mit fürs kommende Wochenende am Samstag in Ulm? Ja, erstmal drei Punkte. Mut und wir haben Tore geschossen und der Trainer hat, glaube ich, die Woche gerne gesagt, dass jeder die Pflicht hat, ein Tor zu schießen. Das haben wir jetzt mal gemacht und wir müssen auch daran arbeiten, dass wir vielleicht noch ein bisschen effektiver werden und hinten ein bisschen weniger kassieren, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir gewinnen am Wochenende. Dann vielleicht auch noch mal mit einem Tor von Benno Mohr? Ja, natürlich freue ich mich. Kommt das ganz so oft vor, aber kann gerne so weitergehen. Benno, vielen Dank. Lukas, ja auch an dich herzlichen Glückwunsch zum 4 zu 2. Treffer beigesteuert, dann auch noch ein richtig sehenswerter Treffer. Ist ja quasi egal, Tor ist Tor. Aber trotzdem, war dein Treffer zur zwischenzeitlichen erneuten Führung so ein bisschen was wie der Wendepunkt hier im Spiel? Ja, ich denke, es war auf jeden Fall ein wichtiges Tor. Wir sind dadurch in Führung gegangen. Das hat uns dann natürlich ein bisschen Sicherheit gegeben und den Gegner dazu veranlasst, dass er hinten wieder ein bisschen rauskommen musste. Deshalb, ja, es war der Führungstreffer, war ein wichtiges Tor für uns heute und ich denke, wir haben das Spiel dann noch verdient gewonnen. Überrascht vom Tempo, dass der TSV manchmal mitgegangen ist oder auch manchmal nach vorne Richtung Elversberger Tor entwickelt hat? Nö, überrascht absolut nicht. Das haben wir uns selber auch zuzuschreiben. Wir haben zu große Abstände gehabt, haben dem Gegner nach unserer Führung, die uns Sicherheit geben musste, viel zu viel Platz gegeben. Wir haben uns auskontern lassen, phasenweise, was zu einfach ging. Ja, und deshalb, der Gegner kann auch in der ersten Halbzeit noch das ein oder andere Tor machen. Da haben wir uns nicht so clever angestellt. Allerdings haben wir auch vorne ein paar Dinger zu viel liegen lassen. Ja, es waren jetzt heute vier geschossene Tore. Gibt das jetzt ordentlich Motivation in Richtung Ulm? Wenn man auf die Tabelle sieht, ich meine, ein Nachholspiel steht ja jetzt noch aus, da kann man jetzt langsam vielleicht wieder anklopfen an Rang zwei. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, also die Tabelle brauchen wir, denke ich, jetzt nicht mehr gucken. Das bringt uns sowieso nichts. Wir müssen unsere Spiele gewinnen und wenn wir jetzt mal vier, fünf Spiele gewinnen, dann können wir meinetwegen wieder auf die Tabelle gucken und gucken, was noch nach oben geht. Aber ja, wo wir jetzt stehen, haben wir im Endeffekt selber zuzuschreiben. Spiele gewinnen und dann können wir weiter gucken. Lukas, danke schön. Carla, herzlichen Glückwunsch. 4 zu 2 Sieg an der Kaiserlinde. Nachholspiel gegen TSV Schott Mainz. Ja, am Schluss zufrieden? Ja, am Anfang zufrieden und am Schluss zufrieden. Zwischendurch in der einen oder anderen Situation nicht ganz so zufrieden. So kann man es gleich zusammenfassen. Wir haben definitiv zu viel zugelassen gegen die Mainzer, die uns sehr, sehr früh attackiert haben. Haben bei eigenem Ballbesitz in den ersten 20 Minuten so viele Situationen gerade über unsere rechte Seite gehabt, dass man sich dann einfach gewünscht hätte, dass dann der letzte Finale Pass kommt, dass die Flanke den Abnehmer findet, dass die Flanke genauer kommt, dass die Anlaufwege im Zentrum härter und mit einem besseren Timing gemacht werden. Dann wäre es möglich gewesen, vielleicht direkt das Zweite folgen zu lassen. Das hätte dann hoffen, aber ist ja alles ein Hätte, wenn dann aber. Das hätte dann aber trotzdem mit Sicherheit mehr Sicherheit gegeben. Und so ist es dann ein Spiel geworden, wo auf einmal ein Rückstand lagen. Und das hat seine Gründe gehabt. Wir standen in der einen oder anderen Situation wirklich zu weit weg von den Leuten, haben die Bälle immer wieder annehmen lassen, sodass dann die guten Fußballer auch vernünftig kombiniert haben vom Gegner. Und jetzt kommen wir nochmal zum Positiven. Dann, was nach dem 2 zu 1 passiert ist, das ist einfach gut gewesen. Immer noch nicht perfekt, bei weitem nicht perfekt. Das werden wir auch nie perfekt hinbekommen. Aber da hat die Mannschaft gezeigt, dass sie intakt ist, dass sie weiter bei eigenem Ballbesitz sich so viele Chancen und Situationen am gegnerischen 16 herausgespielt hat. Dann hätte auch noch das ein oder andere Tor mehr fallen können. Für den neutralen Zuschauer heute war das eine muntere Partie für die SVE-Fans, für uns, für dich, für das Team. Wahrscheinlich eine Partie, wo ordentlich Nerven gefordert waren und du wahrscheinlich auch den einen oder anderen Tag älter geworden bist. Hättest du erwartet, dass der Gegner so auftritt? Ich habe diese Frage so ziemlich jedem, dem wir heute im Interview hatten, gestellt, weil ich selbst überrascht war, wie der Gegner heute teilweise aufgetreten ist. Sie haben phasenweise im letzten Auswärtsspiel in Freiburg auch das Offensivpressing gespielt. Das haben sie phasenweise dort gemacht. Deswegen war es schon überraschend, wie konsequent sie das gespielt haben. Aber ich fand, das hat uns jetzt nicht die ganz großen Probleme bereitet. Es hat uns eher Probleme bereitet, wie dann der Gegner umgeschaltet hat nach unseren Ballverlusten, so wie das 1-1 zustande kam, dass wir nach einem eigenen Standort ausgekontert worden sind. Und das sind halt Dinge, die sollten dann in der Form überhaupt nicht passieren. Und deswegen trotzdem ein Kompliment an die Mainzer, die das sehr, sehr mutig gemacht haben hier, ihre Mannschaft zum letzten Samstag auch total durchgewürfelt haben und uns in der ein oder anderen Situation wirklich vor Probleme gestellt haben. Lukas Kohler hat auf meine Frage geantwortet, ob man jetzt vielleicht, wenn das nächste Nachholspiel oder das kommende Nachholspiel auch nochmal mit drei Punkten endet, nochmal einen Blick nach oben werfen kann in der Tabelle. Wie siehst du das? Ich sag mal, noch drei Punkte dazu. Die Konkurrenz lässt vielleicht nochmal federn. Kann man dann wirklich vielleicht nochmal richtig hoch schienen in Richtung Platz zwei? Also ich bin wirklich der hundertprozentigen Meinung, dass wir auf uns schauen sollten und unsere Leistung in Ordnung bringen sollten. Die Dinge, die wir in den letzten Wochen gut gemacht haben, das war das Spiel gegen den Ball, war heute nicht so gut. Dafür war der eigene Ballbesitz besser. Auch nicht gut, aber er war besser. Wir haben uns viele Torchancen rausgespielt, haben Tore gemacht. Darauf sollten wir uns konzentrieren und sollten uns einfach darauf konzentrieren, dass wir selbst unsere Spiele gewinnen. Und auf die Tabelle, bin ich ganz, ganz ehrlich, schaut man immer. Aber für uns ist einfach wichtig, dass wir Spiele gewinnen. Wir haben es heute gesehen, gegen eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft, ist es uns nicht so leicht gefallen, wie das vielleicht der eine oder andere und wir vielleicht auch selbst erwartet hätten. Welche Punkte nimmst du mit für das kommende Wochenende, für Ulm? Sachen, die du genauso machen wirst oder die du genauso so vorhast wie heute oder Sachen, von denen du sagst, das ändere ich definitiv, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ja, wir müssen schauen, dass wir uns wieder so viele Torchancen rausspielen, auch in einem Auswärtsspiel. Da bin ich ganz, ganz guter Dinge, weil da haben ein paar Dinge heute gut funktioniert und wir müssen defensiv stabiler stehen. Wir dürfen nicht so viel zulassen, weil das geht nicht immer so aus, wie es heute ausgegangen ist. Gibt es da noch Ansätze? Du hast ja gesagt, so viele Torchancen wie heute. Wenn die Hälfte der Torchancen heute verwandelt worden wären, dann wäre das eine ganz klare Sache gewesen. Hast du eine Ansätze, wo man vielleicht ja noch irgendwo schrauben kann, dass die Dinger dann auch mal passen? Ja, passen ist ein gutes Stichwort. Es muss passen, dass man im richtigen Moment flankt mit dem ersten Kontakt und es muss passen, dass der Anlaufweg im Zentrum passt, der die gewisse Härte haben muss, im Sprint auf dem ersten Pfosten laufen, da aber nicht zu spät oder nicht zu früh loslaufen. Das sind ja alles Dinge, wo immer Nuancen entscheiden. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir die Nuancen wieder so hinbekommen, dass wir dann doch mal die Fußspitze dazwischen bekommen, dass wir doch mal die Innenseite nach dem Ball, der quer gespielt wird vom Tor, dagegen halten können, dass der Ball wieder im Netz zappelt. Und was dann die Grundvoraussetzung ist, dass dann die Bälle, die wir uns wirklich bis zur Grundlinie gut durchgespielt haben, dass sie auch dann den finalen Abnehmer finden. Und da sind wir einfach zu unpräzise gewesen heute, gerade in den ersten 20 Minuten, weil da hätten wir die Möglichkeit gehabt, auch relativ schnell auf 2-0 zu stellen. Alles klar. Karl, vielen Dank.